Musik Zur Kieler Woche machen wir das 40. Mal die Begleitung mit Sonderstempeln und der Kieler Woche Postkarte. Jährlich drucken wir oder lassen wir drucken so 120.000 bis 124.000 Kieler Woche Postkarten mit dem jeweiligen Plakatmotiv der Kieler Woche. Und die senden wir dann oder überbringen sie dann an das Kieler Woche Büro und wird kostenlos verteilt an die Bevölkerung über die Touristinformationen und über die Souvenirstände. Und wir haben in diesem Jahr sechs Sonderstempel zur Kieler Woche. Einmal der eine Hauptstempel von der Stadt Kiel mit dem Logo der Kieler Woche und das andere sind alle Schiffsmotive. Und dafür hat der Verein gedruckt Briefumschläge mit Briefmarken, Sonderbriefmarken und dem jeweiligen Sonderstempel und passend zum Sonderstempel die jeweilige Schiffsabbildung auf dem Umschlag und ansonsten eben die bewusste Kieler Woche Postkarte ebenfalls mit den sechs verschiedenen Sonderstempeln und Cachéstempel, die an Bord geführt werden, sodass die Sammler sich da umfassend informieren, bedienen können, kaufen können. Manchmal alle sechs, manchmal nur ein. Und der Vorteil ist hier bei uns am Stand, dass wir auch die Post annehmen von den Besuchern. Die schreiben nach Hause, Adresse drauf, schöne Grüße von der Kieler Woche, suchen sich ein oder zwei Belege aus und wir nehmen die Post an und befördern sie dann und schicken sie weiter. Danke.